We are the threat, fully armed and ready, the deep space vanguard land on Valakka, to set up a base and retake the planet's abandoned colony. Ja, an dieser Stelle ein wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik und willkommen zurück zu einer neuen Folge Starship Troopers Extermination. Ähm, die letzte Folge ist ja schon ein Weich hinher, aber wir werden das bestimmt schon entgegenkriegen. Oh, geht ja schon mal ganz gut los. Ich hoffe euch da draußen geht es soweit gut und wenn nicht, seht zu, dass ihr das wieder hinbekommt. Hey, ich komme. Ich komme, ich bin schon da. So. Ach ja, dieses wunderschöne Spielchen. In letzter Zeit ist das Matchmaking etwas schwierig. Oh, oh, oh. Da kommt schon was. Ah. Oh. Äh, da nicht zu nah, Junge. Das habe ich dich nicht gestattet, da. Wow. Äh, Kumpel, du solltest aus den Radios raus, ne? Sonst macht es Bumm auf deinem Kopf. Nur so eine Idee. Äh, da war er doch weit genug außen. Okay, gut, alles klar. Jetzt heißt es erstmal wieder warten, damit die uns sagen, was noch alles gemacht wird. Ach, acht haben wir. Also, wir sind noch nicht ganz voll. Liebe Entwickler, bringt endlich DLSS rein. So habe ich eine scheiß teure NVIDIA-Karte. Äh, mhm. Oh. Shit. Geh weg. Oh Gott. Was zum... Ja, ja. Mal. Öh. Mal, wie war ich nicht? Ich bin nachkampft nochmal. Wow. Okay, ich bin raus. Grenade. Echt? Quatsch. Nee, ja gar nicht. Komm mal, da war doch einer. Lass mich hinhocken. Genau das würde ich machen. Einfach schön reinspratzen. So ist das schön. Was ist denn heute mit dir los? Warum diese ganzen Rufler? Jejei. Ja, ja. Einfach schön reinballern. Ich hatte auch mal was für sich. Ich bin glücklich, ich habe ja mein Munitionspack immer dabei. Okay, der Target Buckle ist down. Hier, den haben wir. Der Dude ist mit seiner Fischtole unter. Oh, oh. Plasma Buck. Vorsicht. Da wird sogar noch geplasma buckt. Warum sowas? Nee. Bah. Äh. Achso, Mertürer ist ja... Da ist nichts mit Wiederbeleben, sondern wir machen gleich... Ohm. Das ist natürlich doof, weil... Wenn wir... Das ist nämlich so haben, haben wir keine Möglichkeit, uns wieder zu beleben. Vielleicht ist er aber langsam hier hinten. Was ist er denn? Wo ist er? Wo ist er? Kommt hier. Oh, ich glaube, der Rückstoß ist etwas geringer geworden. Oh, oh. Das klang groß. Okay, wir sind schon mal 15 Leute. Das ist schon mal ganz gut. Cake. Yo, man. Cake wäre geil. Oh, ich habe sogar noch ein Stück Kuchen im Kühlschrank. Hihi. Ähm. Ah, zur Zeit hatte ich öfter Spieler, wo C für Ducken ist. Und hier aktiviere ich dann aus Versehen... Ah, das Jetpack. Was voll uncool ist. Okay, das sind erst mal die kleinen Drohnen. Die sind jetzt noch nicht ganz so tragisch. Aber die holen gerne mal ihre großen Brüder dazu. Und das ist dann unschön. Gleich nach Land. Man weiß ja nie, ob man nicht ein, zwei Schuss mehr gebrauchen kann. Alles klar. Da, 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 da. Okay. Gibt mir Deckung. Ich habe den Stoff, den wir brauchen. Wabbel, wabbel, wabbel. Ich finde das irgendwie beruhigend. Das wirkt, wenn man da so drauf guckt, das wirkt wie so eine Lava Lampe. Oh. Weg. Weg. Nein. Ah. So war das eigentlich nicht geplant. Alter. Scheiße. Gut, das war's. Boah. Uh. Okay. Haben wir's. Mann. Bin ich das hier weit runter und dann... Oh. Dieses Märtyrer-Ding nervt. Okay. Okay. Irgendwie wartet das nochmal mit dem Nahkampf. Ich muss nach der Runde unbedingt mal... Ähm. Unbedingt mal in die... ...Schneuer rumgucken. Hm. Da, Nahkampf. Au. Okay. Au. So, Scotty, warum hast du Nahkampf nicht auf deiner Maus? Ja, weil ich's nicht gemacht habe. So, seid ihr ja zufrieden? Ist halt immer so hoch. Okay, drei von acht haben wir. Okay, der kann natürlich gleich zwei laden. Ist ganz praktisch. Komm. Komm mit. Ich krieg die Deckung. Boah. Sollte es aber weniger geheimen. Da sieht man ja wieder nix da. Wabbel, wabbel. Na, komm. Ich bin da. Ich geb Deckung. Da unten sind auch noch zwei aus dem Maimen... Äh, Maimen. Hm. Aus dem Mainen-Druck. Alter, C ist nicht hocken. Ja, Mann. Scheiße. Sehr gut. Äh. Äh. Sehr gut. Sehr gut. Alter. Okay. Arc Landing Zone. Sind wir schon wieder so weit, ja? Okay, wenn wir so weit sind, dann sind wir so weit. Das finde ich gut. Oh, was wird hier geprallert? Wer shootet hier? Äh, das ist... Alles klar. Wir haben Ihre Mobil-HQ-Koordinaten established. Arc ist auf der Weg. So. Das ist Vulture 1. Ich habe ein Lock auf Ihrer Base-Location. Inbound mit der Payload. Clear the Drop Zone. Noch doch kein Scheiß-Tor, Mann. Ah. Wer ballert da ein blödes Tor hin? Warum ein... Das habt ihr immer mit euren Toren. Naja. Sie werden hoffentlich wissen, was sie da tun. Als wäre ich hier der Vollprofi. Ah. Quatsch. Siehst du? Geht schon los. Okay. Hier im Bunker, das macht schon ganz gut Sinn. Ihr habt ihn falsch rum hingestellt. Ihr habt ihn falsch rum hingestellt. Oh. Soll der Quatsch? Ein Riesentor. Ja. Okay. Mach, wie du denkst. Ist mir doch egal. Wenn wir alle draufgehen, warst du es. Nicht ich. Ach, komm. Komm. Lass mich mal kurz nochmal anders machen. Warte mal, Junge. Ich weiß schon, was ich mache. Lass mich einfach machen, ja? So. So. Und dann Bomber... Was macht ihr jetzt für eine Scheiße? So. So. Ey, ich hab sowas dahin gebastelt und ihr... Oh, ihr seid ja auch mal wieder Helden manchmal. 30 Sekunden. Riesentor. Äh. Ist das... Ich hier nicht hingezimmert. Ich... Nee. So. Wir nehmen mich von beiden Seiten. Also von außen kommst du da ja wunderbar rein und von innen kommst du jetzt auch wunderbar raus. Warum habt ihr jetzt... Ist doch offen. Ich hasse es. Warte, guck mal, hier. Einigen wir uns... Einigen wir uns auf dem Tor. Das geht natürlich nicht. Okay, Kinder. Alles klar. Wird halt geballert. Oh, wo geht's denn hier deftig zu? Da hinten geht's ganz deftig zu. Nein. Oha. So. So, jetzt hast du es erstmal wieder durchhalten, bis der Generator fertig ist. Ähm. Was wir aber machen können... Guck mal hier. Oh, guck mal. So ein Ding wird das. Ja, schön rumsprazen. Ja. Ja, gut. Hier geht alles gut. Warte mal. Vielleicht kann ich durch ein bisschen Keparinski machen. Das ist bestimmt nicht schlecht sein, doch das. Das ist der Keparinski. Mensch, hab ich das vermisst. In letzter Zeit bin ich nämlich gar nicht mehr dazu gekommen, Starship Clubers zu zocken. Dax, ja, nee, echt. Alter. Alter. Alter, Alter, Alter. Und sowas nicht. Wir haben doch hier oben so eine schöne Struktur. Ah, bin ich doof. Ich hätte ja auch gleich hier bleiben können, ne? Oh, 53 Prozent, das ist doch schon mal ganz nice. Nice, nice, very nice. Ja, wenn wir hier oben eigentlich schon Munirins geben. Munition, Mann. Guck mal, Kinder. Ich höre da irgendwie was Großes. Shit. Ist ja schon down. Da stecken sie irgendwo ganz da hinten. Na toll. Das ist natürlich doof. Das ist, äh, doof bis unfair. Ach du Kacke. Alter. Dein Schlinkel kommt mir ein bisschen zu nah. Ja, ich gehe nochmal hoch hier. Du weißt halt nicht. Okay, da. Machen wir mal anders. Jetzt hält es noch ganz gut. Komm mal. Ein herrnloses Geschütz. Nutzt keiner. 95 Prozent, okay. Haben wir eigentlich. Warum habe ich jetzt so... Ja. Nee, hier hoch. Nein, da runter. Okay, bereit machen zum Abflug. Was ist denn das wieder für ein blöder Bug hier? Ja, ihr könnt aber auch mal frühzeitig ankündigen hier. Ne. Okay. Wo in die Richtung. Alles klar. 180 Meter. Oh Mann, das wird ein Scheiß. Fuck, 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 fuck. Lauf, Junge. Lauf, Forrest. Lauf. Okay, sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, dann mal hier, Springerinsky. Mich da hoch. Oh Mann. Von hier aus Deckung. Kinder, wo seid ihr? Kommt. Kommt schon. Alle nach Hause. Oder gibt es zeitig Mittag. Okay, wird das so ein Ding hier. Boah, das nervt jetzt aber hier vorne. Dieser Streifen. Ihr seht ihn, ne? Er verdeckt mir nämlich so ein bisschen den Mittelpunkt. Ja, komm, Kinder. Lasst nach Hause gehen. Alle, die noch leben. Schön nach Hause. Kommt jetzt. Die letzten drei. Kommt jetzt rein, Mann. Eine Güte. Ah. Ihr müsstet aber auch. Kommt, mittlerweile ist doch jeder von uns hier schon Level 20. Mit allen Charakteren, oder? Verdammt, ich habe vergessen, meine Granate zu werfen. Okay. Wir Trooper haben es leider nicht geschafft. Aber wir haben es geschafft. Wir. Wir werden, wir werden euch im Gelenk behalten. Binsenfucker 331 oder so. Wie ihr alle heißt. Euer Opfer war nicht umsonst. Okay, Freunde. An dieser Stelle sage ich einfach mal vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Like oder ein Abo da. Schreibt einen Kommentar. Das hilft mir sehr. Aber Hauptsache, wie immer, ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal. Euer Scotty. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020